Servus Leute und herzlich willkommen zur achten Folge Minecraft Quaro und ja ich würde sagen wir trönen gleich in 3, 2, 1, go auf dem Server. So, ich bin auch auf dem Server, also sofort sneaken trotzdem mal, doch ist wer drauf. Oh, erst online, erst online. Ja, er ist raufgegangen, er ist raufgegangen. Okay, gehen Sie, ich hab dir Pickaxe, jetzt noch nicht. Wir hätten mit dem ausgemacht einem, dass wir fighten. Ja, und das war so, erst haben wir ein bisschen geboren, ja, 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 ich grab mich hoch. Genau, ich fahr mit der Level, haben wir ausgemacht und wir wissen, dass er am Spawn ist. Das wissen wir zu 100 Prozent. Äh, ja genau, das wissen wir, weil der ist aktuell mit seinen Folgen, verstehe nicht ganz warum. Mitte Court, ja, ich weiß nicht, wo der Mitte ist, weißt du das? Ja, ich glaube bei 0,0, oder? Ne, ich weiß auch den Weg dahin, jetzt, Freund. Ja, es wäre schon nice, wenn wir zu fighten, ne? Okay, er schreibt okay. Er schreibt okay. Er schreibt okay. Ich grab raus, ich hab dir Pickaxe, geht ein bisschen schnell, okay? Ja, okay, grab du raus. Und passt trotzdem gut auf den Namen auf, also, wir müssen jetzt nicht unnötig verraten, sonst macht er noch irgendeinen Dreck hier. Ja. Ich baue das trotzdem mal zu, ganz ehrlich, ich hab einfach keinen Bock auf Stress. Ne. Schreib verboten bitte, ich möchte jetzt nicht abgelenkt werden, okay? Schreib bitte einfach, okay? Ja, ja, er hat gecheckt, dass das Wort nicht erlaubt ist. Ja, eh, aber sagt Mitte, kurz hat er geschrieben. Ja, ich weiß nicht, die kurz sind 0,0, oder? Ja, 0,0. Ungefähr. Schreib glaube ich dazu. Alter, MC quasi, sneak. Sneaken. Das ist eine achte Folge. Wir, wir haben vergessen, das in die Gruppe zu schreiben. Fuck, ja. Schreib rein, schreib rein. Fuck. Ja, ist doch egal, alter. Kassieren wir halt einen Strike? Ist mir aber ganz egal. Ist mir aber ganz egal. Ich komme halt jetzt nicht mit irgendeiner Ausrede an, anstatt, ach egal, ich sage jetzt, ich sage jetzt mal, ja, ich sage jetzt einfach mal, wir haben sie vergessen, okay? Ja, zu viel aufregend mit dem Fall. Ne, ich kann jetzt quasi zumindest verstehen, ich bin jetzt auch dafür, dass er kein Strike kommt. Komm hoch, komm hoch. Ja, ich bin, ey, warte mal ganz kurz, ich bin jetzt auch dafür, dass er quasi keinen Strike bekommt, weil jetzt weiß ich, welchen Back er nimmt, aber okay. Schreib quasi, du bekommst auch kein Strike, okay? Ne. Ne, Achtung, Achtung. Ich schreibe jetzt nichts. Ja, ich schreibe jetzt nichts. Ich kann es jetzt verstehen, was bei quasi gewesen ist, weil bei mir hat das auch so rumgepackt, aber wir, uns ist es jetzt egal. Okay, ich weiß in welche Richtung in der Mitte ist. Achtung, Spinne. Ja, ist mir egal. Ja, okay, passt jetzt gut auf, quasi ist richtig gut. Ich brauche ein Eisenschwert. Ich brauche ein neues Eisenschwert. Ich mein, es... Ja, wäre echt nützlich. Warte mal, ich mach ganz kurz eins. Ich hab kein Holz dafür. Ich hab Holz. Ach, bitte wir hörst nicht den Trick, wenn ich craften soll. Nein, nimm die Crossing Table. Mach du das bitte jetzt, okay? Ja, okay, okay. Ich hab zu viel Müll drin. Ich werfe das Eis weg. Oh, so. Fuck, Windows-Taste. Äh, ne, ich kann ja jetzt verstehen, was quasi damit meinte. Bei mir war das jetzt gerade auch so. Kommt mit. Ich hatte Hashtag 7 hingeschrieben und da ist die ganze Zeit dieses Ladezeichen gestanden, wie es würde es länger dauern, den Nachricht zu schicken. Und dann wird das irgendwie gar nicht abgeschickt, aber okay. Also, ich kann das jetzt akzeptieren, wenn wir ein Strike bekommen, aber... In diese Richtung. Ja. Äh, ich kann es auch absolut akzeptieren. Ähm, das Ding ist jetzt quasi... Weiß Bescheid. Ach, warte, bleib mal stehen. Wo bist du? Wo bist du? Ach, 00, ne, haben wir gesagt. Ja, aber ich weiß, wo du bist. Wo läufst du hin? Ich sehe dich nicht. Quasi ist auch Mitte. Da bist du, da bist du. Ich sehe dich. Wo? Hier. Hier. Ich bin ganz normal weiter. Du laufst einfach in die Fallschicht. Nein, hier ist doch die Mitte. Hier ist 00. Ja, aber dort hinten sind... Ja, okay, stimmt. Ja, obwohl eigentlich... Wenn man... Wir sind auf diese Eisdinger zugelaufen und sind mit dem Rücken somit von der Mitte weggekommen. Ja, egal, wir laufen jetzt zu 00. Wenn quasi auch 00 ist, dann haben wir ein großes Problem. Hat er doch geschrieben, er ist auch da. Ja, eh. Vielleicht verarscht uns nur ne. Panik kriegen. Hä, aber... Ich glaube nicht, dass er uns verrascht jetzt bitte. Warte mal ganz kurz, ich muss essen. Ja, einfach in die Richtung, ne? Ganz ehrlich, ich bin gerade so aufgeregt. Ja, ich auch. Also, ich meine... Quasi, ne? Der Vorteil ist... Er hat dann vor dir, glaube ich. Hä? Er sagt, wir haben es vergessen, aber er selber hat es auch vergessen. Bleib mal ganz kurz hier und bewache mich. Was ist denn? Er hat es auch vergessen, ich schreibe das jetzt. Ja, schreib nicht... Nein, schreib nicht dran, wir haben Zeit, bitte. Zahn, okay? Zahn... Jo. Tschö, gehst du weiter. Bitte. Ne, ich glaube jetzt einfach weiter, ne? Das ist ne Folge. Alter, wir müssen uns beeilen, okay? Ja. Bist du... Komm jetzt zu holen in der Birne, ne? Ja, wo bist du jetzt hingelaufen? Ja, einfach in die gleiche Richtung, ne? Äh... Ja, das macht eben doch auch Zeitverlust, wenn er guckt. Ja, er guckt aber nicht. Er ist gescheit. Gescheit. Mhm. Heute haust du mal wieder das Deutsche raus, ey. Ja, Digga, wir müssen das alles gechillt angehen, Alter. Wenn da jetzt quasi ist und Volker... Wir haben nur noch 9 Minuten. Wenn die Gegend... Ich kann mir vor... Ja, das ist doch mir egal, aber ich kann mir einfach extremst gut vor... Warte, da ist ein Name! Da ist ein Name unten! Da ist ein Name unten! Da ist ein Name! Da! Da vorne! Hier! Fuck! Da unten ist er! Volker! 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 Komm runter, komm runter! Digga! Wir haben gesagt, wir machen 4, also 3, 2, 1, go! Wo bist du? Ah, da! Digga, hinter uns kann quasi kommen, ne? Ja, ja, weiß ja, wo wir sind. Digga, ich hör mein Herz klopfen! Drei! Zwei! Ey, ich kann nicht! 1, go! Komm, er läuft weg! Getroffen! Digga! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Ich habe pass auf gesagt! Vielleicht ein bisschen spät! Aber ich hab's gesagt! Und... Naja... Du bist ja nicht von oben in die Lava reingesprungen! Lava ist geplaced! Die... Du... Zuerst hast dann noch nicht... Ich hab' mich an! Ich hab' ein Herz! Ich hab' ein Herz! Was, Digga? Du hast mich in die Lava gehauen, du Vollidiot! Ich hab' dich in die Lava gehauen! Doch, du hast mich angezündet! Bist du komplett bescheuert! Ich hab' dich nicht angezündet! Doch, hast du! Es sieht man in meiner Aufnahme! Alter, er ist tot! Du hast mich echt... Ich hab' dich nicht angezündet! Das sieht man in meiner Aufnahme! Ich kann's dir schwören! Ja, ich kann's dir schwören! Das sieht man in meiner Aufnahme! Dann angucken! Ich kann's dir schwören! Ich habe die Lava geplaced! Er ist reingekommen! Ja, ich bin auch... Er wurde nicht... Er wurde aber nicht angezündet! Er hätte angezündet werden müssen! Bitte ist jetzt... Warte mal! Ich weiß ja nicht! Seht ihr das auch so? Also, ihr könnt ihr mal gerne bei Tobis Folge vorbeischauen! Er ist natürlich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt! Also... Für mich hat das echt mysteriös ausgesehen! Ich habe gesagt, pass auf! Er ist von oben runter gefallen! Er hat nicht gebrannt, sondern ist durch die Lava durchgefallen! Thomas Kopf, also Volkers Kopf, ist in der Lava drinnen gewesen! Das sieht man ganz eindeutig! Noch dazu... Verstehe ich nicht, wie Tobi zur Lava kommen... Oder gekommen ist! Er ist... Irgendwie... Einen Block höher gesprungen und muss dann in die Lava gelaufen sein! Also, ich werde das jetzt nochmal ganz kurz in die Slow Motion packen! Guckt euch auf jeden Fall das Video zu Ende an! Denn... Da möchte ich mit euch nochmal Frame für Frame durchgehen! Und wir gucken uns das zusammen an! Rest in Peace! Und Good Luck an alle, die was jetzt noch leben! Wieso setzt du in einen Schneebium Lava? Das ist mit dem Snow ist das... Ja, aber trotzdem... Es war ja... Es war ja trotzdem gut! Ne, es war nicht gut! Du hast mich damit getötet! Ja, ich hätte überlebt sonst! Ja, Digga! Ich wusste nicht, dass du in die Lava rennst! Ganz ehrlich... Ja, du... Ich bin einfach gestanden und du bist einfach... Ich und er waren im selben Block! Und du hast mich... Und du hast einfach die Lava geplaced! Das ist richtig dumm von dir! Ja... Du kannst mir gerne die Schuld geben, aber ich kann nichts ändern dran! Ich habe nicht gewusst, dass du in die Lava läufst! Ich bin nicht dran gelaufen! Ja komm, dann hatet mich jetzt! Ist doch okay! Thomas, also... Gegen den wir gekämpft haben, schreibt auch... Ja, dass du mich geschützt hast, weil er es gesehen hat... Das ist ja die... Dass du die Lava geplaced hast und ich bin drinnen gewesen! Ja, warum? Ich habe die Lava geplaced, damit er reinläuft und nicht du! Ja, aber wir waren im selben Block! Ganz ehrlich! Wenn du jetzt die Schuld in die Schuhe schiebst dafür, dass ich eine Lava geplaced habe, er drinnen gestanden ist, aber er irgendwie wieder rausgekommen ist, ganz ehrlich, dann laufe ich jetzt in den Border rein und tschüss! Weil ich habe keinen Bock darauf, dass ich jetzt jahrelange Hate drauf habe von dir, dass ich ja so dumm bin und dir die Lava vor die Füße gesetzt habe! Ich habe die Lava gesetzt und nach drei Sekunden bist du reingelaufen! Und nicht erst so, dass du instant reingelaufen bist! Das sieht man in meiner Aufnahme! Ja, bei mir sieht man es auch! Das war nicht so geplant! Warum setzt du bitte Lava im Schnee? Im Schnee ist das ja... Ja, aber er war... Das ist sowas wie Teppich, ne? Oder das Half-Steps! Ja, aber er war drinnen! Er war doch drinnen! Ja, er war drinnen! Aber ich auch! Was ich da liebe, ne? Wenn keiner drin ist, oder ich auch draufgehe! Ganz ehrlich! Ich sage jetzt quasi, töte mich! Ich ziehe mir jetzt aus! Ich ziehe mir jetzt aus! Ich habe einfach keinen Bock mit dir auf Streit und deswegen ziehe ich mir jetzt aus! Doch! Ich... Ich stelle mir jetzt vorhin hin! Ich mache es so, dass du mich nicht hältst! Er ist voll dir! Ich habe keine Lust auf sowas! Bin da mal kacken, ne? Ja, lass es spielen! Ja, weil ich keinen Bock auf sowas habe! Aber ich habe definitiv nicht mit Absicht dich kurz davor... Ja, eh nicht mit Absicht! Aber... Ich... Ich war halt einfach drinnen, ne? Es ist halt echt so! Ja, soll ich jetzt... Warte mal... Ja, soll ich jetzt sagen... Ja, ist okay! Es ist mir egal! Wenn du das Projekt alleine weiter filmst! Also ich kann ja nicht mehr rein, ne? Also... Ich habe mich dann dazu entschieden, einfach die Rüstung wieder anzuziehen! Mit einer vollen Iron Rüstung und mit einem Eisenschwert gegen jemanden mit Full Deer und verzauberten Dingen und einem verzauberten Deerschwert, glaube ich, hatte er zu kämpfen! Ähm... Natürlich, es war nicht mehr so wirklich spektakulär! Also... Ich war nach drei oder vier Hits down! Also... Ich habe jetzt einfach mal das Ganze rausgeschnitten, wo wir uns entschieden haben, ja, soll ich jetzt noch einfach gegen ihn kämpfen! Aber... Es war von vornherein keine Chance und möglicherweise wäre quasi sogar noch zu uns gekommen, nachdem wir ihn schon getötet haben, den Volker! Ähm... Und quasi hätte er uns locker auch alleine geschafft! Also... Nach dem ganzen Bug und so und nach unserem Pech und allem, glaube ich, hätte alles in allem gar keinen Sinn mehr gemacht! Naja... Ihr seht jetzt einfach noch diesen kurzen Ausschnitt, wo ich damit quasi sozusagen gefeiert habe! Ich habe natürlich mein Bestes gegeben, aber ganz ehrlich... Ne... Viel Spaß! Bist du tot? Nein! Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin mit drei Schlägen tot! Das kannst du vergessen! Ich versuche nochmal ein bisschen wegzulaufen und währenddessen zu regen, aber... Es hat null Sinn gegen ihn zu kämpfen, weil er einfach viel zu stark ist! Er zieht so viel Leben auf einmal, obwohl ich Rüstung an habe und so... Den hätten wir eh 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 easy bekommen! Ne, ich bin tot! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nähere Infos, wie gesagt, werdet ihr dann dort sehen. Mir hat es echt Spaß gemacht, diesem Projekt teilzunehmen, auch wenn es uns jetzt eher mit dem Pech getroffen hat, anstatt mit dem Glück. Danke auch an MC quasi, der das ermöglicht hat, der die Leute zusammen getrommelt hat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.